Der Kompass der Führung ist dein Stamm, richtig? In der Tat, wir sind einer der jüngsten Stämme und nicht gerade einer der prestigesträchtigsten. Wir versuchten in Frieden mit dem Estramon zu leben, was uns bei manchen unserer streitlustigen Brüder, wie den Neustostan Stagia und den Hühnern des Steins, den Ruf von Beschwichtigern eingebracht hat. Wir ehren unser grandfantalisches Ärmer, aber wir kennen auch, dass die Estramon hier nicht mehr weggehen werden. So wie wir es sehen, können wir unser Mandat zum Schutz der Städten der Bauer besser erfüllen, wenn wir mit unseren Nachbarn friedlich zusammenleben. Wer sind die Hüter des Steins? Sie sind der Erste und Endeste der Stämme. Als sie zum ersten Mal nach ihr Glammfahrt segelten, trafen sie auf die Bauer, die ihnen den Eckpfeiler und die von dir zitierten Worte als Zeichen der Freundschaft gaben. Viele der Stämme selbst unter den sechs bitten die Hüter um Führung. Ihre lange Geschichte gibt ihnen einen Ehrenplatz in unserer Gesellschaft, obwohl sie das nach meinen Beobachtungen auch vorsichtiger hat werden lassen. Ich möchte etwas über die Fischerkraniche erfahren. Ein Stamm aus dem Teilensumpf, der hauptsächlich aus Orlanern besteht. Die meisten der Städten, die sie verteidigen, liegen halb begraben in den Sümpfen und selbst die anderen Stämme, könnt ihr nicht sagen, wo sie liegen. Sie verschränkt ihre Arme. Sie sind nicht der Renommierteste an der Stämme, aber der Schlauste und Feinste. Man kann über die Berserker der drei Stoßdienstäger sagen, was man will, aber ich würde jederzeit lieber ihnen als einem Hinterhaltkommando der Fischerkraniche entgegentreten. Sie sind nach dem langhalsigen Vogel benannt, der im Sumpf lebt. Während er schlamffröschen oder gepunkteten Salamandern auflauert, kann er stundenlang regungslos dastehen. Wenn er aber zuschlägt, ist er die Geschwindigkeit unübertroffen. Was weißt du über die drei Stoßdienstäger? Sie lacht und schüttelt den Kopf. Sie sind wie alle anderen auch furchtlose Warnsinge und sie möchten auch, dass das alle erfahren. Selbst von anderen Glavantanern werden sie für einen wilden Haufen gehalten. In vielen ihrer Territorien hat es die meisten Konflikte mit Estramon gegeben und das vergessen sie nicht und sie wollen auch nicht, dass das andere vergessen. In den Kriegen mit den Estramon haben sie die meisten Soldaten getönt und auch die schwersten Verluste erlitten. Nach dem Krieg der schwarzen Bäume kam es bei den drei Stoßdienstäger sogar zu einer Abspaltung. Dutzende Klaas verließen die verwüsteten Lande und zogen sich weiter den Dürrwald zurück. Dort schlossen sich alle Stämme an, die sie aufnahmen. Vor welchem werden sie die gebrochenen Stoßzähne genannt. Der Großteil des Stamms grub sich in den halb verbrannten Wäldern ein, um die Front zu halten und dafür werden sie von vielen respektiert. Sie rutschen unbehaglich die Stirn. Sie haben ihren Platz unter den sechs Stämmen mehr als verdient, aber sie setzen sich viel zu sehr für Konflikte ein und so viele vergöttern sie für ihren Heldenmut in der Schlacht. Erzählen wir von den Steindorn. Hauptsächlich Zwerge aus der Weißmark. Sie sind einer der jüngeren Stämme, die sich im Verlauf der Jahre entlang der Handelsruten zwischen der Wildnis und den Bergen gebildet haben. Trotzdem sehen sie sich als Wachs-Wachsrichtung-Lafantaner und wer kann ihnen da schon widersprechen? Nur die Fischerkraniche verteidigen Städten in einem derart unwirklichen Territorium. Warum ist es aber immer wieder die Fischerkraniche? Hmm. Egal. Ich persönlich finde, dass ihnen das zu Kopf gestiegen ist. Sie stellen sich gerne vor, dass es der Rest von uns im Flachland leicht hat, wobei sie aber vergessen, dass die Kriege mit den Estramoren ihre Berge niemals erreicht hatten. Trotzdem eilten sie uns während beider Kriege zur Hilfe. Sie sind nach einer zehendornigen kleinen Pflanze benannt, die hoch in den Bergen wächst. Passt zu ihnen. Hmm. Die zweimal gespaltenen Pfeile sind mir nicht bekannt. Das trifft auch viele zu. Sie sind üblicherweise Verstoßene und Exzellanten anderer Stämme. Wahrscheinlich sind sie der am wenigsten Respektierte aller Stämme, aber unsere Vorfahren dachten, dass auch sie eine Stimme haben sollten und kamen ihnen einen Sitz unter den sechs Stämmen. Die meisten anderen Stämme halten sie für Plündere und Widerlinge, aber sowas würde niemand einem Angehörigen der zweimal gespaltenen Pfeile direkt ins Gesicht sagen. Sie sehen sich selbst als Überlebende und sind auf ihren Stamm so stolz wie alle anderen auf ihren. Sie zuckt mit den Achseln. Sie nehmen jeden auf und ich finde, das ist eine tugendhafte Einstellung. Trotzdem weiß man bei ihnen nie, woran man ist. Manche Clans rauben einem auch das letzte Hemd, während andere zu Ehren deines Besuches ein Lamm schlachten. Tolle Sippenschaft haben die da, oder? Ich möchte doch über andere Angelegenheiten reden. Ich möchte mehr gerne über dich erfahren. Ich bin die Annahme im Pfad des Kompasses der Führung. Wie vielen Annahmen im Pfad liegt mir das Führen im Blut. Während Stammesterritorien nicht strikt dem Erbrecht unterworfen sind, glauben wir, dass starke Anführer einen Teil ihrer Seele an Kinder und Enkelkinder weitergeben können. Das bedeutet, dass an einem Vater einer Blutlinie auf Generationen hinaus Erfolg haben können. Sie nestelt an einer geschärften Daumenklaue. Nach all dem, was hier in letzter Zeit geschehen ist, mache ich mir natürlich Sorgen, dass die Linie meiner Familie mit mir enden wird. Hm. Eine meiner Gefährten, ein Vertreter der Valianischen Republik, möchte eine Angelegenheit des Handelns mit dir besprechen. Äh. Die Orleanerin richtet ihren Blick auf Palegina. Ja, die Valianische, gottähnliche, gesegnet von Hyela. Als Reaktion die Palegina eine drohende Haltung an und spuckt aus. Das sagt man jedenfalls. Auf der Gesicht der Orleanerin sind keine Emotionen zu erkennen. Ihre Stimme aber lässt Verärgerung über Paleginas Unterbrechung erkennen. Und Diplomatin des Dukbels. Ich höre, dass dich deine Herren mit Handelszusagen zu mir geschickt haben. Wer hat aber erfahrt, es stimmt, dass ich zur Übermittlung dieser Zusagen ausgewählt wurde, aber ich verstehe, dass ich mehr für den Krieg als für die Etikette geschaffen bin. Die Orleanerin grinst leicht. In dieser gefälligsten Zeit ist es vielleicht besser, Krieger die Arbeit von Diplomaten erledigen zu lassen. Palegina zeigt ein schwaches Lächeln. In der Tat, aber im Fahrt bezüglich des exklusiven Handelsankommens. Ihre Stimme zittert leicht und ihre goldenen Augen schießen in deine Richtung. Nicken und freundlich lächeln. Kann ich speichern. Ich weiß nicht, was ich jetzt drücken soll. Soll ich nicken und freundlich lächeln und ihr dann zustimmt, dass sie was machen sollen, was der Duk... Nicken und freundlich lächeln. Okay. Palegina nimmt einigen Mut zusammen. Die Republiken sind der Ansicht, dass es langfristig im besten Sinne einer Beteiligten wäre, wenn sie ihre traditionellen Handelsgeschäfte mit dem Dürrwald weiterführen würden. Die langen Ohren der Arm am Fahrt fallen nach vorne. Eine merkwürdige Wendung. Was also wollen die Republiken dann? Palegina spricht schnell, aber mit selbstbewusster Stimme. Die Ondra-Tara-Perlen. Im östlichen Abschnitt werden sie sich damit gute Geschäfte machen lassen. Sie werden sie über die nächsten fünf Jahre exklusiv von uns kaufen. Im Austausch dafür werden wir den gleichen Zeitraum ihr Exklusivmarkt für Adraban und Karov-Golam sein. Mehrer langen Augenblicke zieht die Arm im Pfad Paleginas Worte in Betracht. Eine interessante Vorschlag war Leanderin. Wir werden Botschafter in den Süden schicken, um die Details ausgiebig zu besprechen. Deine Aussage hier sagt Gudes über die Absichten des Dukes auf. Palegina verneigt sich die Verehrte Arm im Pfad. Das ist es. Meine Position in der Brüderhöhung ist weg. Ich kann nicht glauben, dass ich nur neue Terms für den Golan-Fad und Anamen-Fad Postenago Paleginas Augen sind vor lauter Peik weit aufgerissen. Das war es. Meine Stellung in der Brüderschaft verloren. Ich kann jetzt nicht fassen, dass ich für die blafantalische Anahme-Fad einfach neue Handelsbedingungen gefunden habe. Postenago Jetzt noch deswegen zum Weinen des Sehnloses vorbei und geschehen, wir müssen Taos finden. Palegina hat das Richtige für die Republiken getan, selbst wenn die Dukes das aus ihrem Blickwege nicht sehen können. Du kannst dich später um ihre Missbilligung kümmern. Verus, im Biagepe gibt es eine Redenseite. Neues Gold begleicht selbst die ältesten Schulden. Wenn ich recht habe, wird alles verziehen werden. Wenn nicht, dann kann ich jetzt auch nichts daran ändern. Steuern eingetrieben. Wie viele Stunden haben wir noch für den Trunkenbold? Haben wir noch ein paar? Gebaut wird auch noch. Ja. Noch einen Tag und eine Stunde. Dann sind die Mauern endlich dran. Quest abgeschlossen. Gibt er fünf Sonnen? So, was sagt er beim Tagebuch? Ich habe jetzt wenigstens oben erreicht. Die Stadt hat ein Hauptturm. Mit etwas Druck hat ihn jemand gesehen, als er es durchquert hat. Ich muss mich umhören. Fremden ist es untersagt, weiter in das Innere der Stadt zu gehen. Sie sagten an einem Pfadbettel, die momentan der Passage der 6, in der Mitte von Hertlieb vorsteht, könnte mir Zugang zu den anderen Bezirken gewähren. Haben wir gemacht. Die Glavattaler von Zwinges-Ulm haben von einem rätselhaften Mann gehört, einem Fremden, der kürzlich in einem der verbotenen Bezirke der Stadt eingedrungen sei. Ulm im Kap. Man sagte mir, dass Fremde über Hertlieb hinaus keinen Zugang zur Stadt hätten. Ich muss mit der Vorsitzenden an meinem Pfad in der Passage der 6 sprechen, um die Erlaubnis zu erhalten. An einem Pfadbettel hat mir Zugang zu den Bezirken Altlieb und Ulm im Kap gewährt. Sie schlug vor, dass ich mit den Elmgard-Schwestern in Ulm im Kap spreche, in der Nähe eines Rottes namens Thea Evron. Den Stämmen ausgeliefert, die Schlacht von Yenwald. Das Kind der 5 Sonnen. Pallegina änderte die Bedingungen des Handelsabkommen, die ihr die Dux der Rheinlandischen Republiken aufgetragen hatten und hinderte die Republiken daran, den Handel des Dürrweiß mit den Glavantanern zu untergraben. Damit bewahrt sich die Beziehung zwischen dem Dürrweiß und den Republiken. Wenn die Republiken letztendlich jedoch in keinster Weise von diesem Abkommen profitieren, wird sie ihre Position in ihrem Orden einbüßen. Mein Bruder versprach geflohen. Ich glaube kein Wort. Advert lügt, das sage ich. Das sind jetzt Jäger. Was bringst du hier? Als er spürt, dass du dich näherst, beendet ein aufgeregter elfischer Jäger plötzlich sein Gespräch und wendet sich zu dir um. Hast du in deiner dreckigen Heimat denn keine Manieren beigebracht bekommen? Ein roter Streifen Farbe glänzt feucht von Schweiß, von Wangenknochen zu Wangenknochen. Wir sprechen über glavantalische Angelegenheiten. Verschwinde. Die Jägerin in der Gruppe hebt ihre schwierige Hand, beruhigt dein Herz, Riedei. Vergiss nicht, wo du stehst. Sie teilt ihre feinen goldenen Haarsträhnen, die vor ihrem Gesicht schweben und nickt dir zu. Im Haus unserer Ahnen und der sechs Stämme sprechen wir als ein Volk. Riedei blickt weg und abtmiert tief durch, um nicht die Beherrschung zu verlieren. Die Ahnen werden mir verzeihen und meinem Bruder, wenn ich die Schande von meinem Namen reinwasche. Er blickt die Jägerin an und von dem Makel, den all das auf unseren Stamm gebracht hat. Was ist mit deinem Bruder geschehen? Mein Bruder, der schwere Atem des Jägers, stockt kurz. Mein Bruder Firum ist der größte Jäger unseres Stammes. Er ist zu einer Blutjagd aufgebrochen, ist aber nicht zurückgekehrt. Und nun sagt Arwen, dieser wederwärtige Lügner, er sagt meinem Bruder, Riedei bald die Fäuste. Die Elfenjägerin bricht das Schweigen. Arwen gehört zu einem anderen Stamm. Er ist Jäger, der während der Blutjagd gegen Firum antrat. Sie blickt der Eiskalt an. Arwen behauptet, Firum habe sich selbst verstoßen und entschieden, nicht nach Zwingenswurm zurückzukehren. Hier der Blick riebe ich drehen. Seine Kriegsmaat krümmt sich wie eine entzündete Wunde. Im Exil, verstoßener Schmach, weil er während der Blutjagd gegen ihn verloren habe. Kann man ihm glauben, diesem Lügner? Auch wenn Arwen mit dem Reißzahn des riesigen Stegers als Beweis zurückgekehrt ist, ist es schwer zu glauben, dass es Firum nicht genug sei, die Bessie zuerst zu erlegen. Die Jägerin gräbt ihre Fersen in die dunkle Erde ein. Aber das kannst du doch nicht sagen, Riedei. Nicht bis die anderen Vater die Wahrheit beurteilt haben. Arwen ist schwach. Er gehört zu einem niederen Stamm. Riedei flitscht die Zähne. Er lügt dich. Werde die Wahrheit in Erfahrung bringen und den Namen meines Bruders reinwaschen. Du hast deine Blutjagd erwähnt. Was ist das? Mit einer Blutjagd beweisen wir, dass wir würdig sind. Wir ziehen aus, um eine Beute zu jagen, immer eine gefährliche Kreatur. Und nur einer tötet die Beute zuerst. Die Jägerin unterbricht mit einem angestreckten Seufzen. Ja, aber wir jagen als Paar, um eine Verbindung aufzubauen als Klaffantaner, als Einheit, nicht als Feinde. Zwei Jäger, zwei Stämme, ein Geist. Das ist unsere Natur. Riedei reagiert mit einem grimmigen Gesichtsausdruck. Es ist nicht unsere Natur zu lügen. Wir verragen unseren Brüdern und Schwestern nicht zu unserem eigenen Vorteil. Die Blutjagd zwischen deinem Bruder und Arwen hat die Einheit unserer Stämme durchbrochen, Riedei. Bohre dich in dieser Wunde herum, bis du die Wahrheit für dich beanspruchen kannst. Sie wendet sich wieder dir zu. Vielleicht erscheinen dir unsere Bräuche seltsam, doch trotz allem, was du heute siehst, sind uns Klaffantaner und unsere Verbindungen heilig. Warum sollte Arwen lügen, was dein Bruder angeht? Riedei wirft die Arme in die Luft. Warum? Er blickt dich an, als wäre die Antwort offensichtlich. Riedei, bitte zügele deinen Zorn. Sie kennt unsere Bräuche nicht. Die Jägerin wendet sich dir zu und nickt. Arwen hat viel zu gewinnen, indem er den Sieg über Fion für sich beansprucht. Er würde seinem Volk, dem niederen Stamm, der zweimal gespaltenen Pfeile Ruhm und Ehre bringen. Ich dachte, das ist einer der höheren Stämme. Er wurde mit dem, dem niederen Stamm, der jetzt steht der Fräuche nicht mehr.